Eine Hommage an Michael Fassbender, Abschied von einem großartigen Schauspieler. Vor kurzem erreichte uns die traurige Nachricht, dass der talentierte Schauspieler Michael Fassbender verstorben ist. Heute möchten wir der Familie unser tiefstes Beileid aussprechen und uns von ihm verabschieden. Michael Fassbender war ein außergewöhnlicher Schauspieler, der uns mit seinen beeindruckenden Leistungen in Film und Fernsehen begeisterte. Seine Präsenz auf der Leinwand und sein Talent, sich in unterschiedliche Rollen einzufühlen, werden uns immer in Erinnerung bleiben. Michael Fassbender ist ein irischer Schauspieler, der für seine beeindruckenden schauspielerischen Leistungen und seine Vielseitigkeit bekannt ist. Geboren am 2. April 1977 in Heidelberg, Deutschland, wuchs er in Irland auf und begann früh, sein Interesse an der Schauspielerei zu entdecken. Nach dem Abschluss an der Drama Centre London School of Performing Arts begann Fassbender seine Karriere auf der Bühne und im kleineren Film- und Fernsehrollen. Sein Durchbruch kam jedoch im Jahr 2008, als er in dem Film Hunger die Hauptrolle des ihrer Aktivisten Bobby Sands spielte. Fassbenders intensive und fesselnde Darstellung in »Hunger« brachte ihm internationale Anerkennung und legte den Grundstein für seine weitere Karriere. Er bewies sein schauspielerisches Können, indem er sich in die unterschiedlichsten Charaktere einfühlen konnte und jedes Mal eine beeindruckende Leistung ablieferte. In den folgenden Jahren spielte Fassbender in einer Reihe von hochgelobten Filmen mit, darunter »Inglorious Basterds«, »Shame«, »Prometheus« und »12 Years a Slave«. Er arbeitete mit renommierten Regisseuren wie Quentin Tarantino, Steve McQueen und Ridley Scott zusammen und erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen für seine Leistungen. Michael Fassbender zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, sich vollständig in seine Rollen zu vertiefen und seinen Charakteren eine tiefgründige und eindringliche Präsenz zu verleihen. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, Emotionen und Nuancen subtil auszudrücken und das Publikum mit seiner Darstellung zu fesseln. Neben seiner Arbeit im Film hat Fassbender auch in Fernsehproduktionen mitgewirkt, darunter die beliebte Serie »Band of Brothers« und die Krimiserie »Wire in the Blood«. Sein Talent und seine Präsenz auf der Leinwand haben ihn zu einem gefragten und respektierten Schauspieler gemacht. Abseits der Schauspielerei ist Fassbender auch als Produzent tätig. Er gründete die Produktionsfirma DMC Film und war an Projekten wie »Assassin's Creed« und »Macbeth« beteiligt. Michael Fassbender wird nicht nur für seine schauspielerischen Leistungen bewundert, sondern auch für seine Bescheidenheit und Professionalität. Er hat sich als einer der talentiertesten Schauspieler seiner Generation etabliert und wird weiterhin die Zuschauer mit seinen beeindruckenden Darstellungen begeistern. Mit seiner tiefsinnigen Interpretation von Charakteren und seinem außergewöhnlichen schauspielerischen Talent hat Michael Fassbender seinen Platz in der Filmindustrie fest etabliert und wird zweifellos noch viele weitere bemerkenswerte Leistungen erbringen. Michael war nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch ein liebevoller Sohn, Bruder und Freund. Wir werden ihn schmerzlich vermissen. Michael Fassbender hat uns mit seinen einzigartigen Interpretationen und seiner eindringlichen Präsenz auf der Leinwand berührt. Sein Talent hat uns verzaubert und inspiriert. Wir sind dankbar für die wunderbaren Momente, die wir mit Michael teilen durften. Er wird immer in unseren Herzen weiterleben. Wir möchten der Familie und den Freunden von Michael Fassbender unser tiefstes Beileid aussprechen. Mögen Sie in dieser schweren Zeit Trost finden und sich an die wunderbaren Erinnerungen an ihn erinnern. Es sind Informationen, die sich auf Facebook sehr schnell verbreiten. Wir haben alles zusammengestellt, um Ihnen zu zeigen, was die Wahrheit hinter der Geschichte über den Tod des Schauspielers ist. Lassen Sie uns weiter herausfinden. Enthüllung der Realität Enthüllung der Wahrheit hinter Michael Fassbenders Death Fake News Heute sind wir hier, um die Wahrheit hinter der sensationellen Nachricht vom Tod des Schauspielers Michael Fassbender zu enthüllen. Berichte über Fassbenders Tod kursierten vor 30 Minuten und die Familie des Schauspielers äußerte Beileidsbekundungen. Mit großer Erleichterung können wir Ihnen jedoch mitteilen, dass diese Gerüchte völlig falsch sind. Michael Fassbender lebt und es geht ihm gut. Die Nachricht von seinem Tod war nichts weiter als eine böswillige Falschmeldung, die über Social Media Plattformen verbreitet wurde. Diese gefälschten Nachrichtenartikel, die der Manipulation und Täuschung dienen sollen, haben bei Fans und Angehörigen unnötige Panik und Kummer ausgelöst. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht alles, was wir online sehen, wahr ist. Ermittlungsbemühungen haben uns zur Quelle dieser betrügerischen Tat geführt. Die Person, die für die Verbreitung dieser Falschmeldungen verantwortlich ist, wurde ausfindig gemacht und muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Wir bitten Sie alle, wachsam zu sein, wenn Sie Nachrichten online konsumieren. Überprüfen Sie immer die Authentizität der Informationen, bevor Sie sie teilen oder reagieren. Für uns ist es unbedingt erforderlich, zwischen echten und falschen Nachrichten zu unterscheiden, da Falschinformationen schwerwiegende Folgen haben können. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um Fehlinformationen zu bekämpfen und die Wahrheit zu schützen. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben, und wir hoffen, dass es die Wahrheit hinter den Fake News über den Tod von Michael Fassbender ans Licht bringt. Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Neuigkeiten und informative Inhalte. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie wachsam. Danke und Tschüss. expecting Gün passages Gör Charlotte 3 6 7 4 7 7 7 8 7